Was ist das? Was ist das? Wie es sich anfühlt mit einer grauen Waffe zu spielen. Der eine Teammate, der nicht fahren kann. Digga, das ist einfach du, Junge. Immer, immer, ich höre immer. Das sind wir, Digga. Das sind wir. Ich schwöre. Alter, da gehts runter. Oh. 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 Let's go. Mein Loot. Ja, Mann. Ey, Digga. Jede Runde, Freunde, ich schwöre es euch. Das kann nicht sein. Okay, aber jetzt, nächster Clip. 11 HP. Okay, er baut die... Oh. Oh, Digga. Äh. Äh. Ähm. Okay, weiter gehts. Okay, Spiderman. Oh. Oh. Was? Was? Der hat da drin gechillt. I like your Kudji. I like your Kudji. I like your Kudji. I like your Kudji. Puta Madre. Joho. Johoho. Digga. Einfach so tausend Badal. Jawoll. Einfach seine Familie gefunden, Pili. Drake und Josh. Einfach den Pornlöchel. Yeah. Oh, das ist strong, Alter. Hey, das ging? Loool. Alter, okay. Ich wusste nicht, dass es geht. Ich wusste auch nicht, dass es geht. Gib ihm. Boah. Oh. Und? Ah. Danke. Man sieht einfach nicht, ob der Kill kommt oder nicht. Danke für den Clip. Mann, jetzt geht's mir besser. Oh. Bruder, was gucken wir jetzt hier schön? Ey. Roger, Roger. Oh. Der Disrespect. Schreck. Ey. Das bin ich. Oder ich schwöre. Aber Realtalk. Ich würde zuerst looten, verdammte Scheiße. Jetzt warte, warte noch, warte noch. Safe, der bricht noch ab. 100%. Jetzt. Guck jetzt. Ja. Ey. Aber guck mal, Hand aufs Herz an alle Zuschauer. Schreibt's die Kommentare. Wenn da eine goldene Striker oder irgendwie eine goldene MP liegt, man muss die nehmen. Es geht nicht anders. Digga. Man muss Prioritäten setzen. Es ist einfach so. Erst recht, wenn der O-Nummer totliegt, Digga. Ich geh sowas von looten, Alter. Das ist mir doch egal. Okay. Jetzt kommt der heftigste Sniper. Pass auf. Oh. You know what time it is? Discord time. Oh shit. Oh shit. Impossible. Okay. Yo. Yo. Was? Warum bauen? Genau mit dem Kopf hin! Hanoo. Nein. Warte, warte, ich will nochmal gucken. Hä, wie der oben mit dem Kopf hin. Das war gerade zu krank! Kennst du auch von TikTok einen Song? Kurz copywriter aus. Junge Spider-Man waren einfach OG-Zeiten. Ampel? Irgendwas selber gebautes? Oha, er kann's einfach! Was? Ja! Und hinter ihm, und hinter ihm! Oh, ich hab's genommen! Oh, no! Oh mein Gott, ja, er hat ihn ausgenommen! Jetzt! Bam! Let's go! Digga, das war wild! Erst recht, er dreht sich um mit diesem Bauhelm, was brauch ich jetzt? Okay, ab jetzt! Okay, ab jetzt! Okay, ab jetzt! Okay, ab jetzt! Oha! 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 Oha- Is aber so, die neue SMG, die ist genau so, Junge. Er schreit, er hat es geschafft, 3 HP, und tot, Junge, aber ich fühl's, ne? Ja, ich schwör, 3 HP, hat's geschafft. Die Edits am Flex, Digga, die Edits am Flex. Oh, auf einmal Minecraft. Was? Was? Das sind einfach die neuen Zelte. Er spielt, er spielt etwas, hier, Skyblock, Digga, in Fortnite. Ich wette, der buckt jetzt irgendwo. Und schießt, oder, der fährt ins Meer, er fährt ins Meer, ooooh, alle gehons. Tröbel. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, shit. Ja, Moin. Oh, Bro, wie krank. Einfach GTA, Junge, einfach im Fortnite-Style. Ich schwör. Oh, oh, cool Ambulance. Cool Ambulance. Not for me. Oh, jetzt geht's los. Ja, ich wette jetzt auf einmal direkt in den drin und mach diesen Ding. Ich schwör. Das ist genug. Oh, 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 wild. So. Oha. Oha, Junge. Heftig. Kranker Editor. Ja. Ey, so kann ich auch editieren. Digga. John Cena. Bro. Was? Ey, warte mal, man ist mit dem Stein One-Hit? Oh. Stimmt. Llamas in Season 7. Ja, Realtalk. Nur am Abhauen die ganze Zeit. Oh, der Witz. Bruder. Saki. Bruder. Ah, Digga. Ich kann nicht mehr. Der Klim hat mich gerade auf den Wind geschallert, Bro. Sehr schwierig, Bruder. Sehr, sehr schwierig. Guck mal, das ist für mich, wenn ich eine normale Runde Fortnite spielen möchte, ne? Ha? Oh, jetzt kommt irgendein Lifehack. Okay, der stellt da jetzt so ein paar Sachen ein. Auf jeden Fall hat er nachts eingestellt. Ja, ja, ja. Jo. Ah, krass. Äh. Ähm. 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 Merry Christmas, Motherfucker. Oh, alte Zeiten. Oh, shit. Wunderschön. Aber Tilted is back. Oh. Lol. Was? Das war krank. Oha. Oha, Digga. Loot Lake. Krank. Oh, Tomatotown. Freunde, wir sind voll alt. Ich bin 25. Ich guck mir das so an mit so einer leichten Träne im Auge, weil es so eine geile Zeit war, Junge. Das ist so krass. Oh. 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 Guck mal. Im Hintergrund Ninja einen miesen Bauchfeiter machen und die hängen da unten. Go. 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 Oh. 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 Echt. Oha, Digga. Let's go. Ich hab den gar nicht. Das warum? Ja, okay, okay. Wirklich. Wirklich. Du schießt einen an und auf einmal er ist Ninja, sein Vater, Mongral, sein Opa, Digga. Immer. Wie willst du den treffen? Guck mal, der hat sich einfach nur entdeckt. Ich kill mich doch. Es ist mir scheißegal. Es ist mir irgendwie nicht. Boah! Was? Oh mein Gott! Let's go! Okay, das war strong. Das ist geil. Oh! Okay, ich muss Musik wieder ausmachen. Oval Player. Okay. Apple. Oh, stimmt! Einfach der süßeste Skin, Freunde. Oh, kenn ich. Nein, nein, nein. Die fällt jetzt runter und dann kommen so Effekte. Pass auf. Okay, okay, okay. Ich erkenne es an der Musik. Dann die ganzen OG Sachen. Let's go! Zack! Uuuuh! Und, oh shit. Wo war die? Let's go! Krass. Opa davor, zack! Junge, es sieht so clean geschnitten aus. Hä? 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 Achtung an! Erst recht, er fährt auf nem Holzboden, Digga! Was ist das? What's it up? Hä? 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 Okay, Junge! Wild! Äh! Hä? Okay, okay, okay! 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 Was ist das? Hä? 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 Hops! Hops! Herr hat sie alle Haops genommen, er hat sie alle Haops genommen, Freunde. Pause! Oh, losier tanzt? Nein, sein Mate. Und er holt ihn. Ist nicht sein Mate. Oha, Junge. Krank. Okay, das ist krass gemacht. Das war dieser Trend mit diesen ganzen Bildern. Oh, das ist auch geil. Bam. Oha, Junge. Die haben diese Pistole da getroppt, Freunde. Das war, fand ich, die schlimmste Waffe. Digga, wer hat damit gezockt, Junge? Niemand hat damit gezockt. Ich schwör. Die Season war eh Müll. Die war richtig Müll. Das war die Neo-Tilte-Zeit, ne? Guck mal, der Arme, lass ihn noch aus. Oh, die Zone war da. Guck mal. Was? Das Ding ist, ich wette, das ist wieder irgendein Sweater, der ihn jetzt verarscht. Der Arme, der ist kein richtiger Los-Kin. Oh, äh. Das ist so gut. Ey, das feier ich. Die denken, er ist auf K. Und jetzt hoppst er die alle. Oh, wahrscheinlich machen die alle direkt einen Loser-Tanz, Junge. Oh, du hast es genommen. Ja. Boah. Hey, wo kam die zweite her? Ich glaube, der hat Double gemacht. Oh, das war auch OG-Tanz, Digga. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Als ob sowas real ist. Bro, what? Boah, das habe ich damals oft gemacht. Oh, mein Gott. Tresor versteckt. Er steht oben auf der Tür drauf. Ja. Und jetzt die Granate. Yo, shit. Oh, er muss rein. Manchmal der Ball hat aber auch keinen Sinn, ne? Du trittst gerade gegen, der fliegt nach, keine Ahnung. Jürgen, was ist das? Er schafft's, er schafft's. Er schießt. Aber gut, der Torwart. Das wird's. Oh, Torwart zu strong. Oh, mein Gott. Oh, he's just denying everything. He failed, he failed. Alright, listen, it's okay. No, don't get it. I'm the slow motion queen. Uff, Digga. Hä? Als ob? Alle, ey, alle Metz direkt weg danach. Boah, wie geil das aussieht, guck mal. Ey, das hab ich schon so oft gesehen. Ich wollt das so oft mal selber machen, Freunde. Und jetzt, guck mal, dieses Finish-Ding. Und boom, Junge. Okay, das war krank. Boah, geistkrank. Was geht jetzt? Oh, das war auch geil. Kolosseum da oben. Der Sound macht meine Ohren fast kaputt. Wen? Eliminate Justin. Achso, Mann, der war selber Justin. Der war selber Justin. Geil. Er geht raus. Er drückt auf Exit, Digga. Er denkt sich, oh, nee. Rote Karte. Mann, was hab ich denn gemacht, Mann? Oh, Galaxy Skin. Oh, Galaxy Skin. Okay, ja, kennen wir schon, Freunde. Genau als er so macht, geht die Rakete durch. Ja, safe. Oh, nee, von hinten. Äh, ich hab' einen Kino. Äh, äh. Äh, äh. Okay, Digga. Warum lach ich denn schon? Das war nicht voll lustig. Du bist so ein Spaß, Digga. Jetzt, pscht, pscht, pscht. Bro, dieses Party-Royal, ne? Oh. Äh. 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 Was? Warum? Alter, ich, äh. Bro, ich sag dir ehrlich, dieses Party-Royal, ne? Ey, wir müssen dazu ein Video machen, Lukas. Ich glaub, da sind nur gestörte Menschen drin. Echt? Ich glaub. Glaub ich nicht. Warte, ich schreib's natürlich auch gerne rein, ob ihr auch mal im Party-Royal wart und so komischen Menschen gesehen habt. Was? Hä? Bist du lustig? Sind wir grad im Kindergarten? Ich mach Play. Ja, okay, ich auch. Okay, weiter geht's jetzt. Lachen, Länd, Digga. Tiga, ich lach mich brenn. Oh, Zone. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo. Tschüss. Okay? Aua, ich seht schon, ich seh schon, wo der Schuss... Äh. Oh, oh. Oh mein Gott. It's the police, drop all your weapons. Äh. Okay, okay, okay. Okay, tschüss. Okay. Okay. Is that all? Okay. Ma'am, is that all? Ma'am, ma'am, ma'am? Is that all? Okay! Jo! Ich bin ganz Fortnite dabei. Reicht doch, Digga. Never trust a default, okay? Äh. 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 Er macht so, Job fertig, Digga. Und jetzt kommt der andere! Und geht danach so weg. Guck, ich sag doch, das ist nur komisch mit... Die mainstreaming. Ey, es ist immer so. Es ist immer so. Es ist immer so. Oh! Ah, miren! Es el que esta viendo Tik Toks porque lo mataron. Ah! Ah! Wer kennt's nicht? Digga, das ist einfach du in den Baufeil. Oha! Pass auf, Digga! Ich kann editieren, Digga! Stroning Sims! Äh. Er ist jetzt nur bei ihr. Äh! Oho! Oh shit! Äh, er dachte es nicht so... Äh, nein, Digga! Jetzt nicht! Äh, so. Ah! Ich hätte ihn im Flächenpack. Okay. I'm Joe Biden. Ah! I'm Joe Biden! I'm Joe Biden. Wo schießt er nicht? Wie soll? Lebron-Chines! 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 Ach, der Skin ist Lebron-Chines! So toll! Hä? I'm not afraid anymore! Yo! What the fuck? Yo, flip! Yo, flip! Yo, flip! Yo, flip! Just a fucking kiss and I got a big ass head. Yo! Yo! Sorry, auf einmal Faze-Clang hier am Start. Instinct Karma! Ge-Buga? Hier am Start? Instinct Karma? Yeah, you're gonna die! Oh mein Gott! Yo! Digga, wie der so auf locker spielt, aber so krass... Ich schwör! So juckt ihn gar nicht! Dude, Cypher, you're selling, bro! Ich schwör! Oh no! I tried to do them dirty. I did myself dirty. 1000 I mean? He went to 99. Boah! Das ist wilde Taktik! Okay, jetzt kommt einer! Man hört schon, einer kommt! Hey, 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 hey! Wow! Ich hab's gedacht! Hä? Einfach Lukas, sein Vater! Ja! Man spielt der Vorteil! Boah, er ist richtig krank, guck mal! Hörst du, er spielt besser als ich, Digga? Fuck me, get on! Ha! Ha! Let's go! Alter! Hä? Warte mal, hatten wir den Clip nicht vermeint, ne? Hä? Nein, das... Oh! Okay. Okay. Okay, du hast... Du hast vergessen, dass die nicht weggeht. Oh nein! Wie kommt der da runter jetzt? Es steht da... Oh Lord! Dieser Sound, wo geht der? Was? Ahahahahaha! Uhu! Oh! Two-thousand-years later! Immer noch, Lars! Uhu! Uhu! Oh oh! Aber noch Paradise da Lukas, Digga. Hä? Hä? Ey, das ist ohne Witz, das ist genauso. Wenn man sich mal in Fortnite selber abknallen lassen will, wenn man die Runde beenden will oder so, dann kein Bond trifft. Wenn du aber ernsthaft ne Runde spielst, Junge, die lasern dich weg. Oh, komplett. Digga, das ist... Oh mein Gott, ich fühl das so hart. Ich fühl das so hart. Ja, guck mal, wenn du nicht sterben willst. Digga, duos weg. Uff, Digga, zusammen, die rasieren gut. Das ist fast wie wir, nur dass wir keine Küsse machen. Uff. Oh. 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 Sie sagt einfach, sie sagt so, sie hat dich nicht verdient, du bist so ein netter Typ. Er ist einfach am Zocken, Digger, auf den übelsten. Die haben gerade Beziehungskrise, Digger. Ist die und die Scheiße. Ey, ich bin einfach Fortnite, Digger. Oh, shit. Okay. Das ist, warum Leute in Fortnite... Realtor, guck's dir an. Er will einfach nur fighten. Ja, okay, Digger, wohin willst du, Digger? Hey, die fliegt ja mega gut. Ich schwöre. Ja, auch nicht bauen, das ist die Meta. Ja, der Schuss kam von hinter dir, das ist wichtig. Perfekt, Digger. Bau nochmal hinter dir. Ja, und? Oh nein, oh nein. Oh, so. Und wieder? Es ist einfach dasselbe mit dem anderen. Ey, jetzt bin ich gespannt, ob der nachgemacht ist oder nicht. Ja, ist 1,2,1. Ja, ist 1,2,1. Schade. Okay. 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 Okay, okay. Let's go, Baby. Wahrscheinlich trifft er den, oder? Wahrscheinlich, Digger. Wenn ich dich finde. Wenn ich dich finde. Okay. Let's find me first. Oh, I'm gonna find you. No, you won't. Woah, we're halfway there. Woah, we're halfway there. Oh my god, wie dumm kann man das sein? Er sagt, dieser Fisch. Woah, fuck. Okay, Freunde, nächster Clip. Ey, ganz kurz. Ich dachte am Anfang der TikTok wäre überscheiße, ne? Aber dann war gut. Hab ich auch gesagt, weil es am Anfang so ganz komisch war. Ey, aber ohne mal bin jung. Er hat noch das Ruder gerissen, Digger. Was? Wenn du kannst du fern? Versus... Versus. Ja. I want you daddy. I want me... Was? I want you daddy. Ähm. Yeah. Do you want me my daddy? Ok, wenn man den Tilted landet. Ok. Ey, wirklich in jeder Tür, in jedem Raum, egal wo ist der Gegner Mann. Weiß nicht. Ich bin nicht hoch! Man hört überall Schritte, wirklich egal wo! Ich schwör! Okay, wenn man mit seinem Freund um 3 Uhr nachts du spielt und einer einschläft. Guck mal, Mama, ich hab 20 Dollar. Der Nachbar hat mir gesagt, seine Apple-Tree zu holen und ihm ein paar Appeln zu holen. Du wirst nicht verstehen, dass er nur deine Pfanne sehen will? Aber Mama, wenn du denkst, dass ich dumm bin, dann habe ich sie aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war Hass, sein Leben, sein Vater, Digga! Digga, also alle, die Englisch konnten, es tut mir einfach leid, Mann! Es tut mir auch einfach leid! Leave the door open, Digga, okay? Double Pump! Ey, das ging ja wieder wirklich ne Zeit lang! Hä? Oh shit! Die ganz alten Grafiken! Oh mein Gott! Default Wars! Default Wars! Es gibt ne Map dafür! Es gibt ne Map dafür! Wild! Oh, okay! Oh, okay! Hey, 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 hey! Die war richtig scheiße! Die war auch richtig scheiße! Oha! 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 Was? Halt's! Und da hat er reingeschissen! Nein! Warte! Nooo! Das war Hardcore-Sassgrad, Freunde! Tschüss! Äh, warte mal! Hast du das grad gesehen, Lukas? Was denn? Achte mal jetzt auf den, der auf dem Sitzsack chillt, okay? Okay, okay, okay! Im Hintergrund! Achte nicht auf die zwei! Guck jetzt! Guck jetzt gleich, warte! Was kommt der jetzt, Freunde? Ne, du musst zurück machen! Ne, ne, ne! Guck jetzt! Ähm! Äh! Was hast du? Okay, Mann! Okay, joink! Okay, also er verarscht den jetzt irgendwie anscheinend? Ja? Bin mal gespannt! Der ist ja gar kein Gegner! Doch, da oben! Da oben! Oh! Oh! Oh, Digga! Oh, shit! I love this fucking game! Das Auto! Warte, warte! Okay, er guckt sich's nochmal an! Hä? Er ist tot und das Auto fährt dann los! Was? Hä? 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 Digga, aber Sass Moments! Aber warum fährt das Auto einfach? Hä? 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 Okay! Wohin? 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 Yo! Yo! Repeat after me! I can do this! I'm ready to burn some calories! I'm ready to burn some calories! I'm ready to burn some calories! OVR! Okay! Was ist das Digga? Ich hab keine Ahnung was ist, Leute! Schreibt sich, kommt Tache! Hä? Black Widow! Okay! Iron Man! B-I-T! Ja! Bitch! Bitch! After 850 days! I love this is back! What the fuck! Yeah! The fuck! Cool! Oh, er wollte einfach nur das Ding kaputt machen! Okay! Ich wette! Was macht er? Er stirbt! Er stirbt! Weil die Zone! Oh nein! Wow! Was? Oh mein Gott! Das war krank, Digga! Das war... Juri, er hat letzten Kill einfach mit einem... Dingens gemacht! Hä? Oh! What the fuck! Das ist nicht real, das ist nicht real! Ja, normal ist es nicht real, aber es ist super gut! Warte, warte! Thanks man! Who do you think is gonna win? Ah! Weißt du, wer das gemacht hat? Der YouTuber TrueMix, Leute! Der ist by the way sogar... Der kennt Deutsch, man! Ich kenn den! Also ich kenn den nicht, aber ich weiß es! Der macht selber Live-Events in Fortnite! Echt? Wie krass sieht das aus? What the fuck! Boom! Yo! Yo! Okay, wenn man so ne Box baut... Okay! Safe call ein Klitsch, Junge, man kennst! Safe, safe, safe! Oh, mit dem Pizzakarton! Und mit Pizza! Und er fliegt weg, oder? Hä? Jetzt! Warte! Ciao, Digga! Hä? Oh, krass! Er fliegt einfach, Digga! Hä? Hä? Oha, Junge! Wie wild! Irgendwie sieht es echt krass aus, ne? Und normal krank aus, Digga! Ich hab mit letztens, by the way, alle Spider-Man-Skin zwar freigeschaltet, aber mit... Oh, Wagen! Invisible Floor... Hä? 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 Lol! Was? Er hat da abgebaut, man sieht es nicht! Er hat dann die Metallwand hingebaut, die Metallwand abgebaut... Und dann ist... Oh, das... Das ist OP! Das ist bestens, Digga! Safe! B, C! B, C! Wait... Hold up! Oh, Digga! Oh, Digga! Oh, Digga! Oh, Digga! No, that's not what I meant! Pull it something that's blue or higher, and it's only one person, the first person to open the chest! You gotta give up your hiding spot! If you're not the first person to do it, though, you better run! Uff! Oh, oh! Okay, die spielen einen Sieg wohl auch mit 100 Spielern! Oh, come on! Ja? Quick! Alle Snow Skins! Ach! The first person to open the chest! Blue or higher? Blue or higher? Oh, it's green, bro! Oh, wow! Er hat die gehopst! Er hat die gehopst! Er hat die gehopst! Unnormal! Oh mein Gott! Das Ding ist, ich will ja... Okay, okay... Oh, everybody's running! Everybody's running! Okay! Oh! Er hat sie nicht gefunden! Oh! Late night! Hä? Hä? Ist das auch von diesem einen? Nee, aber das... What? Hä? Wurde das eingefügt? Nee, oder? Nee, glaub ich nicht! Nee, Digga! Hä? Boah, aber das wird Sinn machen, ne? Das wird unnormal Sinn machen! Bro! odi ist ja... Es sieht übelst danach aus! Hä? Hä? Hä?! Mag mindset! Hä? 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 Ich meine einfach Minecraft und der Brie ist nie am flexen. Zack, zack! What? Hä, wie krass! Das war geil gemacht. Hier Ninja. By the way? Hä? Hä? After he shot on my back. Äh. After he came from behind me. Oh! 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 Okay man, ich hab gar nichts verstanden gerade. Ich auch nicht, Digga! Aber lustiger Fact, Ninja ist ja so abgeschmiert, ne? Bro, niemand guckt mehr seine Videos, ne? Das ist echt geistisch krank, aber egal. Ist man gerade even human? Das ist so eine Art Aim-Training, das heißt man muss immer diese ganzen Bälle da treffen. Die ganzen von euch, die auch viel zocken und so, kennen das wahrscheinlich. Junge! Oha, Digga! Bro! Du Bruder! Das kannst du keinem erzählen. What? Was? Was? Junge! Can I use your name? Sure! It's Y. Aha. Y. Aha. Y. Aha. Y. 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 Your username was just a bunch of Y's isn't it? Yeah. But then there is an E at the end. Y. No. Y. Y. Why? Oh mein Gott. Bro, was haben wir uns da gerade angeguckt? Bitte. Bitte löscht mein Gehirn, Lukas. Oha. Wer gibt mir diese verlorene Zeit jetzt wieder zurück? Oh, das Ding ist, wenn wir dein Gehirn lö... Also, was will man da löschen, Digga? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay. Okay. Yo! Oha! Okay, krank. Okay, ich schwitze, weil mir gerade heiß ist. Jeder von euch kennt's. Digga, das ist wirklich so, ne? Es gibt immer jemanden, egal ob in der Schule oder draußen oder keine Ahnung was. Es ist heiß, der läuft mit Pullover rum und so. Bruder, nie überlebt man das. Aber ich sag dir so einer, wer ich zum Beispiel. Weiß, dass es noch viel, viel krasser ist? Ja? Ich weiß noch, Freunde, ich war im Januar, war ich in New York mit meiner Freundin. Es hat geschneit. Da waren, keine Ahnung, minus fünf oder minus sechs Grad. So ein Typ neben mir kommt in kurzer Hose. Ich dachte mir... Ja, so ein 13-Jähriger wollte mit ihm kämpfen. Das kann ich nicht übersetzen, weil ich echt keine Ahnung ham, was du sagen soll. Ich auch nicht, Digger. tap-kung Leute! Ja, Bruder! Ich hab den geedit bei Fortnite. Der arme Nosekin, Bruder. Ich glaub, der rasiert sich grad seine Erdnüsse, was denn sonst, Mann? Oh, verdammt! Ja, Mann! Ja, Mann! Ey, wer so skins... Wirklich, egal, wir reden nicht drüber. Die größten Sweater, das sind einfach die, die stehen auf, spielen Fortnite und gehen wieder schlafen. Mehr ist es nicht, Digga, nämlich. Ripsaw, hä? Ja, die neue Waffe. Lol. Hä, ich wusste gar nicht, dass die drin ist. Doch, doch, guck jetzt. Und was kann die? Boom! Und die geht einfach durch die Wände und so. What? Du Rasierblatt, das ist krank! Digga, das ist krass. Das ist riesig. Boah, was? Oha, Junge, das ist ja mal über-strong. Darth Vader's Lightsaber is the newest Mythic in Fortnite, and it's awesome. Darth Vader's Lightsaber, okay. Hä? Er kann Sachen auf dich schmeißen. Lol. Lol! Ja, du kannst was machen. Oha, Bruder. Das hab ich noch nicht mal gesehen. Und du kannst es in deinem Tent platzen. Make sure to follow for more Fortnite-Content and updates. Okay, das ist das wrong, Bruder. Okay, das ist das wrong, Bruder. Oha! Oha! Yo! Yo! Jooo! Jooo! Du kannst damit ja jeden slappen! Krank! Krank! Ja, das ist die neue Pump. Oha! Oha! Oh mein Gott! Bro! Ripsaw Launcher. Bro, ich muss damit gleich zocken. Bro, das ist geil. Ich schwöre, ich hab's noch nicht mal ausprobiert. Seit dem ganzen neuen Update, ne? Boom. Ja, seit gestern. Oha, Mann. War on the Strangers thing? Ist es real? Weiß ich nicht. Nee. Ich glaub nicht. Peely? Peely? Nein. Das sieht aber irgendwie real aus, ne? Ne? Häh? What the? Hä? Oha! Okay! Ist das... Aber ist das echt? Ich weiß es nicht. Superhero skins be like Bro, just leave me I'm not leaving you David We're gonna get our second round Why are we chasing this dude Oh no Hey cool, you seen Bill Hey cause of boots Hey everyone, it's Ticket30 Yeah Bro, look at this Look how long the line is It goes all the way down there In Fortnite Out of this gun So, is this gonna be in a straight line? That's pretty straight to me honestly That should do it Whoa Wait, wait, wait Wait, wait Let me line it up You see that? It's pretty straight Okay, it's pretty straight Pretty straight And ready Bro Oh What? Oh 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 Yeah Oh 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 Schirms! Naja! Äh äh Doch Äh äh Du denkst nicht komm schon Gib mir den Win Bruder bitte Oha denkst du der gibt ihm? Ja ne? Weiß ich nicht Da oben steht ja Gamefilm hits first arena Ja ok Oh er gibt ihm alle Waffen Oh Ehrenmann Er gibt ihm echt Freunde ich schwörs euch Ehrenmann Töte mich Ja Gönn dir den ersten Win Bruder Oh mein Gott Gönn dir den Win Oh mein Gott Ehrenmann Oh er macht ein Herz Ehre Digga Ey Real Talk Sowas musst du dann machen Korrekter Typ LOL Er such dir Er guckt deinen Fortnite Stats Erster Win Es war sein erster Win Es war wirklich sein erster Win Oh mein Gott Was? Ok Das war heftig Bro Das ist krass Freunde Ok ich würd sagen Allerletzter Kling Der Letzten Wir ziehen uns gerade rein Come on me Come on me Come on me Armani 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 Ok Chill mal Bruder Oh Oh Ok xbox versus PS4 Let's go Oh 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 Das Lied kennt jeder der TikTok hat Jeder hat dieses Lied schon gehört Leute auf korrekt LUL Er hat irgendwas geworfen Was Digga der Sniper dem grad in die Hand geschossen Hä Und dadurch stirbt er 1-2-1 Mr.Biest Hahaha Der spendet immer Geld Is she day Razor X Razor X Ok kenn ich gar nicht 1-2-1 Logan Paul Hahaha Ah fuck Jawoll Digga Man kennts Ok LOL LOL was ist das Yo Hä LUL Kennst du den Fakt nicht Nein Man kann so ganz klein werden Digga Ist der Hitbox dann auch klein Ja ich glaub schon ja Ok wir Mädchen Pyjama Partys machen Also wenn die beiden da schlafen Ok Der Spender Alter Ich bin Jetzt kommt Numa Numa Yeah Numa Numa Ey Also ich weiß ja nicht ob das bei euch so aussehen wenn Freunde bei euch schlafen Bei mir jetzt eher nicht aber ich glaube ohne man schon Digga Aber der Maul Ähm Äh Hahaha Ja Äh Ok Ja Wahrscheinlich Ok LOL Ah guck mal er editiert so doll dass er nicht runterfällt Krass LOL Oh sie hat ihn geküsst Oh sie hat ihn geküsst Oh sie hat ihn verliebt den geinen Fortnite Oh mein Gott Ja moin Er schenkt dir jetzt alles und er nimmt die hops Nimm die hops Nimm die hops Nimm die hops Hä Hahahaha Äh 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 Das ist ein Lied Digga Handy? Äh 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 LOL Äh Er kommt nicht durch Äh LOL Ah Ich glaube das ist ein Klitsche oder so What the Bruder Boah das sieht geil aus irgendwie ne Boah krank Beide editieren Tschüss Die im genau synchron Hahaha 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 Yo Enable aimbot Enable aimbot Enable aimbot Okay Target Locked Yo Target neutral lock Aber das war Denkst du das war aimbot? Boah ich weiß nicht genau Ne das war kein aimbot Digga Das war viel zu gut Hi He 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 LOL He 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 Was ist das? Ich schwere das macht mir Angst gerade Ja Ich habe jetzt ein bisschen dumm erklärt Yo LOL Was ist das für eine Technik? Der hat eine editierte Cone genommen Digga das sieht ja krank aus Was? Digga ich störe auf alles ich habe es noch nie gesehen dass so jemand baut alter Schön wir müssen es mal so probieren What the fuck Krank Okay Leute ich habe ich habe ich habe by the way selber mal überlegt lustige Fortnite Tik Toks zu machen Würdet ihr das feiern? Ich habe Digga ich habe da so Bock drauf ne? Schreibt es mir in die Kommentare da würde ich mal den einen oder anderen raushauen Ich habe ja selber tik tok at mv hd schaut doch mal vorbei oder Hd Hd Junge mein Name wurde schon wieder geklaut Ich könnte schon wieder heulen aber egal Checkt das ganze mal ab Leute und ich würde sagen ja weiter gehts Aber auf korrekt ich kenne Switch Player die viel krasser bauen Ja ich auch Gegen xbox Player Oh xbox Okay xbox ist schon besser Digga Ja My best friend's rich check Oh nicht so ne rich check Digga der zeigt da dicke Menschen Let's go Let's go Jawohl 1x1 Jarvis Hebert wurde nicht gewandt Doch Aber er ist also wieder freigeben glaube ich Oh er wurde gewandt Laserbeam der wird auch gewandt Äh, ja, echt. Da 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 da, Baby Shark, da 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 da, Baby Shark. Oh, shit. Jetzt geht's los. Diese Mucki. Oh, das hält. Oh, das hält. Tschüss. Okay, das sah krass aus, Digga. Das sah krass aus. Ja, das geht jetzt. Das sieht schon krass aus. Die Bauern rein auf dem Wasser. Oh, das sieht krass aus, Digga. Das sieht heftig aus. Ich hab's noch nie geschafft, ich muss mal ausprobieren. Klappt das überhaupt noch? Ich weiß es nicht, Digga. Wir müssen das mal echt ausprobieren. Okay, weiter geht's. Äh. Das ist GTA, oder? Äh, Katze. Warum ist das jetzt Minecraft? Und in real life? Oh. Miau, miau. Miau, miau. Digga. Oh, shit. Oh, du mal immer. Äh, was kommt jetzt? Auf der Yacht. Oh. Ahaha. Let's go. Oh, Digga. Ich schwöre. Bestes Spiel, Alter. Damit hab ich früher YouTube angefangen. Black Ops 2 Montagen. Okay, der angelt. Und was ist das? Oh. Oh. Hä? Es sind Tiktoks, die. Lo. Lo? Du, 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 du. Und Sniper, bitte, bitte! Ich hasse den Tanz, bitte! Ja, ja, guck mal! Bitte klatschen! Bitte klatschen! Los! Ich krieg Aggressionen bei diesem Song. Ich krieg Aggressionen bei diesem Tanz, Leute. Oh, ja. Girls bathroom, man kennt's. Immer am Schminken, Leute. Die Mädchen immer am Schminken alles da machen. Hahahaha! Ähm... Ähm... So, hast du das gesehen? Nein! Warte. Das ist Minecraft Musik auf jeden Fall. Renegade Raider Skin, ne? Ja, er ist aber gerade von Harley Quinn auf Renegade Raider gewechselt. Noll. Hat ihn down? Digga, die alten Zeiten. Okay. Das ist auch nochmal wieder in Fortnite, Digga, man kennst. Äh... Hallo, bin ich das? Ich will nicht, dass ich gewählt werde, hallo! Ja. Junge, was geht? Nein! Hä? 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 Boah, wie geil! Ey, das haben wir halt auch wieder editiert, ne? Was sieht krass aus, Leute. So heftig aus. Also aufgeregt, wer sowas kann oder hinbekommt. Ciao. Alter, schreibt mir, bitte schreibt. Early A. 360. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, ja, das ist eine gute Sensi für den 360. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, 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 let's go. Ähm. Ähm. Mensch, warte, jetzt steht einer ganz nah. Oh! Give me your money! Dieser Mann fährt nicht eine Banane-Scan. Oh? Hä? Ab zur Odomo nach Hause. Nein! Nein! Man wird erschreckt, Leute, guckt weg, guckt weg, wenn ihr das nicht könnt, man wird erschreckt. Oh! Ah! Oh, da war sie eine Sekunde. Da war sie kurz. Do you love me? No, John. Und jetzt schlägt er noch auf. Hahaha! Shadows in my room! Ja, Mann. Äh. 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 Digga, irgendwie. Äh. Äh. Was? Can't act the crew. Hahaha! Digga, beste Leben. Digga, dieses Miau, Miau. Okay, weiter geht's. Lama geht hier hoch. Und Musik? Leise. Woah, Dragon Ball! Da, 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 da. Da. Da, 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 da. Nach dem Dragon Ball. Dragon Ball! Dragon Ballack! Digga, krank! Richtig geil gemacht. Nice, man! Hahaha! Geil! Äh. Äh! 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 Warum!? Wa! Ich sag doch Maske, Bruder, ich sag Maske, zieh auch. Äh, ja. Pace 4. Was kommt jetzt? So Leute, okay, nächster Klip. Okay, mal schnell wieder Musik ausmachen, bevor ich hier den Copyright Strike reingeschaltet kriege. Und, oh, Digger, die machen alles synchron. Die machen alles synchron, man. Ja, finde ich jetzt gar nicht mal so krass. Okay, weiter geht's. Wait a minute. It's a chopper. Oh yeah. Äh. 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 Oh. Und, tschüss. LOL. Digger, das sieht aus wie so Regen, die fallen einfach alle runter. Ich schwöre, ja. Äh, äh, äh. Das ist glaube ich nicht werbefreundlich. Oh, shit. Oh, 30er hin? 140er? Ich muss rausschneiden, diese Musik, Leute, sonst ich bin tot. Dinger, warum rennen die denn auch alle da rein? Ich schwöre behindert. Warum callen die nicht im Team? Ja, das hatten wir schon, glaub ich, ne? Das hatten wir schon, ja. Das Ding ist, wir haben heute einen neuen Kanal, also das Video ist wieder verlinkt. Und deswegen kann es sein, dass das ein oder andere mal doppelt kommt. Okay, weiter geht's. Let's go! Boom! 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 Let's go, Digga. Ganzes Team of Easy. Ja, ich schwöre. Was ist das? Ich glaub, die losen grad die Walls aus. Er schwingt runter! Oh, shit! Was ist das? Oh, die beide sneaken. Oh! Oh! Rocket Loads mit dem gemacht! Äh... Äh... Oh, shit, Digga! Ey, geil! Kennst du diese mit dieser Katzen? Ne! Level up! Level up! Level up! Tschüss! Kennst du nicht? Ne! Die machen so in die Tür... Mach mal Stopp, Junge! Warte! Warte! Was denn? Die machen in so eine Tür... Ja! ... und die Katzen springen immer. Und dann kommt auch dieses... Level up! Level up! Level up! Level up! Let's go! Okay! Okay! Shooting in the duos, okay? Okay! Alright! Squad down! Good job! Teamate taking all of the guns and mats... Immer, Digga! Immer! Irgendjemand geht immer hin und slurpt und alles weg, Digga! Ey, Moses! Äh... Aber ey, da muss man dazu sagen, Digga! An alle PC-Schüler und alle Xbox-Schüler, ihr wisst schon, was abgeht, Digga! Klar, der Aim-Assist geht nur, wenn du rauszoomst und wieder reinzoomst. Aber ich kenn voll viele Leute, die machen die ganze Zeit reinzoom, reinzoom... Die spammen richtig, Digga! Und dann, äh... Bruder! Ganz anders! Okay, weiter geht's! Äh... Digga, äh... LOL! Er schwebt einfach! Geht das eigentlich immer noch? Ja! Ich weiß nicht, ob der Bug noch geht! Ich muss die Mucke jedes Mal, dass der abfuckt bei TikTok, Leute! Sonst krieg ich nen dicken Copyright-Strike rein! Aber, äh... Digga, der Bruder lebt da oben auf jeden Fall! Alter, der chillt einfach! Äh... Wie kann man denn da daneben springen, Digga? Der Storm, Digga! Daaa... 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 Ne... Warte... Oh, das hab ich so oft! Und dann bin ich im Fall! Oh, shit! Okay, weiter geht's! Hä? Den kenn ich, Digga, den Klitsch! Den haben wir mit Schmocky im Video gesehen, Leute! Jeder, der sich noch... Schreibt sie kontakt! Ja, Digga! Ja, Digga! Und dann sitzt du in nem Auto drin! Alter! I guess I never miss! Haaa... Boyfriend, I am your god! I'm your god! Lol, Digga! Hat einer extra animiert, Alter! Das ist krass! Das ist richtig, richtig krass! Oh! Und der Dab, Digga! Let's go! Run the gate! 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 Ich muss wieder Musik ausmachen, sonst ist vorbei, Digga! Try this trick, Digga! Ok, hochschlagen! Ok, was macht er? Hochschlagen und drehen, Digga! LOL! Oh mein Gott! Den müssen wir auf den Block hast, Digga! Hochschlagen und dann nochmal schlagen und drehen, Digga! Was macht er? Hä? Er hat den Mann von geschossen! Halt dein Maul! Switch! Mobile! Xbox! Xbox! Jetzt geht's Play-Z! Und? PC gibt's auf jeden Fall nicht mehr! Ja, perfekt, Digga! Wer zockt auf PC niemand? Alter, wie guckt der? Guck mal, wie der guckt! Der spielt gerade erst mal Fortnite! Oh! Mashallah, dem seine Waffen, Digga! Ich glaub nicht, dass der zum ersten Mal Fortnite spielt, Digga! Boom! Ich glaub nicht, dass der zum ersten Mal Fortnite spielt, Digga! Ich glaub's auch nicht! Ey, das ist ne geile Taktik, Digga! Das hab ich letztens auch noch gemacht! Echt? Ja! Neun! Tanzen! Äh... Er kann nicht raus! Er ist geblockt! I don't wanna play, but they fish are on me! Gott let the bee, but they fish are on me! Ey! I slap your knee, fish are on me, fish are on me! I don't wanna play, but they fish are on me! Ay! Ah, Musik, Junge! In jeder Fak-Kack-TikTok! Immer diese TikTok-Muchen, die wird auf YouTube direkt gesperrt, Junge! Aber wahrscheinlich, die schaffen's einfach in die Zone, oder? Die schaffen's halt echt, Digga! Jetzt muss der ihm helfen Hey, du klauselig, wie viele Fortnite-TikToks Ich auf TikTok immer sehe, Alter Das ist so witzig, ich glaube, ich muss mal selber so eine Compilation machen Let's go, Digga Es gibt so witzige Sachen Ja, okay, Leute, komm Die ziehen einfach weiter in die Zone Ich würde sagen, wir ballern direkt das nächste Video rein Let's go, Bruder Unser vom legendären Kanal, Leute Fortnite, Lama Und ich würde sagen, wir labern nicht langsamer rum Let's go, der Hase Oh, Digga Dieses Russenlied Hey, 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 hey Tschüss, wie schnell er baut Okay, weiter geht's Oh, genau gewohnt geht's Digga, der fällt einfach runter wie so ein Waschlapp und stirbt Ja, Moin, und den schießt einfach niemand ab Oh, Trap Und, oh Digga Digga Oh, ich muss die Musik immer ausmachen Ich fühl das viel mehr mit Musik Aber geht nicht Digga Ich fang ab Ahima Irre genimmt Das bin ich Digga beim editieren Also, ich bin eigentlich noch schneller Da dachte ich Fortnite so Fuck mich nicht ab, dann halt nicht Der ist krank, auf den habe ich reagiert Bei dem Fortnite-Tänze-Video, Leute Der Typ macht einfach alles Eins zu eins synchron, Digga Irgendwer wirft Flaschen, Digga Ihr dreht euch mal um, hallo, wer wirft denn da? Moin Oh, let's go, der Hase Oh no Oh no Digga, bro, er stirbt dann einfach Schade Okay, Leute, weiter geht's Oh Er trifft ihn nicht Falle Oh Gekillt, obwohl er down war, Digga Ja, das bist du bei einem Fortnite-Song, Digga Oh, was kommt jetzt? Yo Ey, jetzt mal ohne Flasch, Leute Falls von euch einer da draußen ist, der so bauen kann Wie macht ihr das mit eurem Kopf? Digga, ich sehe da schon gar nichts mehr, ne? Oh, das ist langsam gebaut und dann wird es einfach schneller Absolut nächstes Jahr, das kann natürlich sein, aber es gibt Leute, die können wirklich so schnell bauen, lass doch das Ding Natürlich Loll, Digga, da, kommt da der Tanz her? Anscheinend? Nee, kommt da nicht, Digga, oder? Vielleicht? Egal Weißt du ja nicht Loot Shop gefunden Auf ganz lecker Gönnt sich hier ein Biggie Oh, ohne Abbau oder so, safe Nee Oh, no Äh No Oh, er nimmt den Hopps Oh Er kommt rein Er kommt rein Er kommt rein Halt's Maul Halt's Maul Wie viel das ist? Digga Yes Did you just lie to me? Yes Yes Das ist eine Scheiße, Mann Äh Das ist halt Digtocks, Digga Manchmal kommt auch sowas Die machen ins Bett mit dem Bett Mit den Dingern habe ich aber auch teilweise echt keine Kills gerissen Hä? Äh Nein Ineinander geworfen Ineinander geworfen Bruder 1,2,1, T-View Äh FaceSway Kenne ich gar nicht FaceSway Kenne ich auch nicht Äh Jetzt müsste er Nee, Trump Wende, Digga Oh, Digga Lol, was ist das denn? Jumppad von früher Hä? Ach, kein Fallschaden, ne? Ja Oh, Digga, wenn ich so Mates mal kriegen würde im Finale, Digga Let's go Tschüss Hä? Äh? Äh? Lol Nein! Warum rennt der auch schief? Der kann doch gerade rennen, der ist doch noch schneller. Er macht noch Ciao, Digga, und lauf weiter. Aber das war chillig, Digga. Äh. Was? Guck mal, er hat gebaut und ist nach hinten gebounced und hat nochmal gebaut. Krass. Was kommt jetzt? Entscheiden nicht! Hä? Masha Allah! Äh. 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 Okay, Digga. Okay. Okay. Stimmt. Oh mein Gott, ich bin so gut. Oh mein Gott, schau an das. Niemand kann das machen. Oh mein Gott. Können wir das machen. Oh mein Gott, ich bin so gut. Brä. 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 Out of the house, tryna put me on a t-shirt Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper, guap, it might be mine It might be mine, yeah Baby, DJs, if you want one there, you come in with a paper I ain't texting shorty back, see you later Yeah, you catch me on that gas, I'm alright, sir I'm alright